moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen valorant blick zeigen und zwar könnt ihr mit diesem blick mit dem phoenix und seine den spike außerhalb planten leute wie das ganze funktioniert das zeige ich euch jetzt so leute alles was ihr braucht ihr aktiviert eure ult lauft on spot und circa nach 7 sekunden plantet ihr den spike so wenn ihr das dann macht leute bricht eure ult ab aber die anzeige geht noch weiter und der spike ist geplantet leute so das war es dann auch schon mit dem video leute falls euch dieses video gefallen hat dann schreibt mir die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal